Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Megacraft und ich habe gerade mal... Wir sind immer noch gebahnt. Ach stimmt. Jetzt hat jeder die Nachricht gesehen. Das ist eine nette, nette Nachricht, ja. Ja, auf jeden Fall, der Server lief jetzt ein paar Tage. Und ja, Tag 199. Naja. Trotz, dass keiner auf dem Server war. Und ich habe Difficulty immer noch kurz ausgemacht, da ich gerade auf dem Server kam und direkt angegriffen worden bin von der Wisp. Und ja, sonst direkt tot gewesen wäre. Und da ich am Rändern war, konnte ich kaum was machen. Kommt jetzt drauf. Cheater. Gefängnis, nein. Du warst noch weitlistet. Ich habe jetzt mal... Ich hatte jetzt mal Western-Core. Locky, gehen. Du warst noch weitlistet. Jetzt ist es hier... Esch... Warte mal, so, da bin ich wieder. Kommst jetzt drauf. Multiplayer-Ton. Nein. Ich habe Western-Core aber auch geendet. Geht auch so nicht. Smash. OP, warte, ich OP dich mal kurz. Oh, fuck. Äh, Kau. Jetzt. So, da bin ich wieder. Soll ich mal dazu was sagen? Die Stadt ist 310 Meter entfernt, ich darf dich schlagen. Ist sonst eine Höhle. Komm mit. Warte, komm mal her. Alter, ich bin der Führer. Ähm, warte. Ähm, Nico, ich wollte doch vorlaufen. Aber ich bin der Führer. Nö, dann nicht. Tschüss. Ich habe aber gehört. Ja, und Nico ist theoretisch im Gefängnis, da Folge 2 bei ihm kaputt ist. Ja, dann kann ich das scheiß. Und, ähm. Kannst du piepen? Dann kannst du es laut Ausdrücke sagen. Nein. Ich habe Kohle gefunden für dich. Und er muss mir jetzt alles eisen. Also zwei Sex eisen. Junge, du bist so ein behinderter Abzocker. Du bist es doch selbst schuld. Ich bin nicht schuld. Oder sollen wir nach Hause rennen und dich ins Gefängnis stecken? Was ist denn lieber? Also zwei Stacks eisen, ähm, zwei Stacks Korbel, 1,5 Stacks Kohle, so viel Holz, das geht. Holz, hier, so viel. Guck, ich gebe dir so viel, wie es geht. Ey, ich gebe dir so viel Holz, wie es geht. Ja, jetzt behalt erstmal, komm. Ähm, dann Samen, so viel es geht. Mindestens ein Stack. Alles, stimmt. Äh, Shards, alle. Redstone, ein Stack, Zuckerrohr, so viel wir finden. Also alles, was wir finden am besten. Ich habe, glaube ich, eine Höhle gefunden. Ich auch, komm her. Auch bin ich geil. Guck mal, ich bin auch hier drin. Hier baust du ab. Alter, Cheater. Äh, ach, hast du Fackeln? Ja, na klar, wie Fackeln. Ich nehme mich auch. Ähm, okay, du hast echt eine gute Höhle gefunden. Ja, ich kann's halt. Soll ich sagen, warum? Die Seiten zu Ende. Ja, guck. Und, naja. Jetzt kann ich mir einen Unterschlupf bauen. Ähm, und Erde circa ein, zwei, äh, zwei, drei Sticks. Ähm, und was noch? Äh, Moosstein, so circa 32 Stück. Swings, so circa 32 Stück. Soll ich keine Waffen in deinem Pack? Stuhle. Stuhle. Nö. Was, äh, das, äh, Etienne alles machen darf. Genau. Also, was haltet ihr davon? Scheiße. Oh, ich hab' mit einem Herz grad überlebt. Und es, ähm... Eskies mobbt mich. Niko? Ja. Du, du weißt, das Eisen... Wären, hast du durchgemacht, weil ich, weil ich, weil ich keinen Bock auf Schlaf hatte. Lapis, oh, bekomme ich aber auch ein bisschen. Jetzt meine Bilder wasen. Ich hab' gesagt, ein bisschen und nicht wie viel. Ich weiß. Ähm, Niko, räumst du mit mir denn hier jetzt die Spalte aus grad? Und, äh, hörst du die Musik? Ja. Gut? Ja. Jetzt muss ich nachher keine Meinungen. Hohohohoho. Und jetzt mach' ich Copyright-Musik an, einfach. Genau. Du musst dich ja so lange muten. Hallo, dann wär' das ja bei mir trotzdem. So, ich hab' Lava gefunden. Soll ich die mal wegmachen? Äh, nein, sterb. Soll ich dich dafür killen? Nein. Wie gesagt, ich hatte wenig Schlaf. Ich sag' ständig Scheiße, wenn ich wenig schlafe. Und ich hab' und ich... Äh, eine Frage, wie viele Nachrichten hast du überhaupt vorhin? Vorhin? Wahrscheinlich ein ganz Liebesbrief, ey. Äh, was du mich raten? Ich hab' Rubis, ich hab' Rubine. Ui. Heißt, äh, die sind so gut wie Dias, aber die bekomm' ich jetzt erst mal. Kleiner. Komm, ich hab' die selber gefunden. Alter, ich bau mir jetzt eine Eisenspitzhacke. Ich hab' eine schon. Und, ähm, aber Nico? Ja. Das musst du heute alles noch bezahlen, mit dem Eisen und so. Nein. Doch. Ich nehm' heute so lange auf, bis ich's hab' mit dir. Ja, du warst schon nicht vor dem 10 Uhr weg. Ist mir doch egal. Wirst du Amber? 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 Ich geb' selbst ein halbes Deck-Eisen. Nee. Alles viermal weniger. Äh, das... wird trotzdem noch mit, mit einer halben Folge Gefängnis beschraft dann. Junge. Oder ein Dreiviertel, könnte ich auch sagen schon. Komm, du hast... Ich stimmig das. Du hast gegen die Regeln verstoßen. Und nicht ich. Kamp-Tacer war's. Wir sollten eigentlich Kamp-Tacer eins spüren. Ben, ich ein geiler Hengst, Junge. Ich hab'n' Spawner gefunden. Lass' den stehen. Ist er Moss-Cobble-Stone? Ach, fuck. Ich hab' den schon längst abgebaut. Das musst du früher sagen. Äh, Nico? Ist er Moss-Cobble-Stone? Da ist ne Waterfusion-Stone. Nein, dieser Moos-Stein, mein' ich jetzt. Dieser Moos-Cobble-Stone. Ja, da ist Moos-Stein. 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 Ja, bau' den mal bitte für mich ab. Den brauch' ich unbedingt. Oh, mein Gott. Ich bin doch nicht der Pfarrer. Ey, war'n das jetzt Dias? Ich leuchte jetzt mal kurz den Gang hier aus, dann kann ich ganz ein Ärztchen hier abbauen. Eine Frage. Bin ich jetzt echt so doof gewesen und hab' meinen Eimer zu Hause gelassen? Ja. Hab' ich ernsthaft. Wisst ihr, wie ich das mach'? Waypoint? New Waypoint? Ha, jetzt muss der Nu nach Hause. Hä, weißt du, wie ich das mach'? Ich bin zu Hause. Was bist du für'n Dreckig? Ich darf leider keine schlimmeren Worte sagen. Jetzt musst du nachher alles ausblenden. Scheiße. Eigentlich muss ich nur zensieren und du musst nicht zensieren, dann werden deine Videos bloß gesperrt. Ich kann das ausdrücken. So, ich hab'n doch nur einen Wassereimer eben von zu Hause geholt. Ah, mein Gott. Du musst gleich anfangen zu zensieren, wenn du so was weitermachst. Nico, das war wichtig. Und ich hab' Nikotin, glaub' ich. Ey, das steckt in mir drin. Äh, Nikoliz oder so eine Art, mein' ich jetzt. Also nicht Nikotin im Sinne von... Ey, komm mal, ey, ich hör' die Stadt da drinnen, da war' ich mal rüber. So, ich bin einfach so stark. So, du bist da unten. Ach, Fledermaus. Fledermaus. Nico? Ja, das weiß ich. Wie lange kannst du denn heute so zick aufnehmen? Äh, bis 10, dann bin ich 40. Wo? Mich. Wo bist du denn? Geh' niemand was an. Ich muss ein bisschen nachdenken. Schreib' in Skype. Neue Projekte planen. Ich will auch bald hier ein neues Projekt machen, wo ein bisschen mehr wie Action wirkt. Vielleicht mal ein Single-Player. So ganz alleine. Hohoho. Wie viel Copper wolltest du, ich geb' dir keinen Copper. Copper brauch' ich ja nicht. Ja, zum Glück. Oh mein Gott, find' ich glücklich. Soll ich sagen, warum? Ich hab' Copper im ME-System schon genug. Und ich hab' dir schon Copper selber gegeben, wenn ich... Ich hab' Redstone gefunden. Ey, geil. Äh, der... Ich... Man hat... Neto generieren, dann müssen eigentlich die Neto aus da sein, gell? Die mir ja drauf gemacht. Ja, sind sie. Aber ich hab' das nicht auf Feuer generiert, Feuer-Mod drauf. Dann müssen wir halt nochmal neu generieren. Hohohoho. Ja, äh, such' Obsidian, mach' den... Ne Dia-Spitzer kommt. Es geht dann gleich mit da rein, das Portal schon woanders, da. Hä, warum das... Du sollst Obsidian und dann kommt das genau zu Hause in das Portal. Mami, ich bin voll. Es ist nicht... Ja, komm zu mir. Ich hab' Rucksäcke. Ich kann dir Kohle. Gib mich viel Kohle wolltest du? Äh, ich glaub' ein, zwei Stacks circa, hab' ich gesagt. Ich hab' gerade... 15. Ich hab' aber auch grad'n groß Vorkommen gefunden. Ja, ich baue grad' auch ziemlich ab. Und was stimmt denn Minecraft wieder nicht? Ich hab' wenigstens zu wenig FPS. Ja, ich hab' auch grad'n 17. Ja, ich hab' grad'n nur weit über 100. Das ist meiste komisch. Weißt du, ich nehm' mir sonst mit 80 meistens auf. Oder mehr. Ja, ich nehm' nur meistens mit 300, 400 auf. Stimmt noch nicht. Äh, ja, lernt ihr das dich doch. Ist doch bei mir grad'n nicht anders. Ach ja, der, der dreckige Piep. So. Sag's doch, dass das ein dreckiger Bastard ist. Das ist so'n scheiß Piep, der gehört richtig in den Piep gefiept. Ah, das macht so bock, Junge. Ähm, aber der erste Macerator und so, der soll in die Stadt am besten. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Hä, warum ein Mace-Later in der Stadt? Äh, wo hat das? Wo ist Hochspannungs-Leitung-Ding? Äh, in der Stadt, da will ich ein Messfabrikate als diesen Juli-Matter für alle. Darfst du gar nicht. Das muss ich anschließen. Ja, ich geb' dir da. Nein, da musst du nach oben gehen. Hä? Ja, muss ich von da aber anschließen. Deswegen muss ich das machen. Äh, und du legst ne Leitung einfach extra. Wir haben da richtig viele Leitungen da unten im Serverraum. Ich bin immer noch cool, weil ich so viel Zeit hab. Eine Frage. Ich hab gleich auch theoretisch mein Inventar voll, aber ich hab Rucksäcke. Ich sag' hab echt. Alter, ich hab noch mehr, äh, Saphir gefunden. Heißt, ich kann mir gleich eine Spitzacke machen, die ist so gut wie eine Diamantspitzacke. Was ist eigentlich Ben of Arthropods? Keine Ahnung. Ah, Protection IV. Uh, das brauch ich auf jeden Fall. Ach, und, ähm. Mein Laborkid werd ich auf jeden Fall immer behalten. Den werd ich dann immer anziehen, wenn ich Laborsachen mach. Rüstung werd ich verwenden vielleicht. Ja, den solltest du anlassen am besten. Man kann ihn ja oder Verzockung... Ich weiß, aber wenn ich hier in die Höhlen forschen gehe, dann zieh ich mir dann die ohne Rüstung an. Ich hab Dias. Echt? Nö. Ich baue eine Spitzacke, und dann piept es. Hä, warum ich hab Rubine? Heißt, ich könnte mir schon die Spitzacke machen. Weil Rubine sind genauso gut wie Dias. Echt jetzt? Loll. Ja, halten aber leider nur so lang wie eine Eisenspitzacke. Ah, ja, ich hab extrem viele Scherz. Ja, die Scherz... So, ich muss erst wegwerfen, ein bisschen Zuckerkabel. Das solltest du dich nicht wagen. Wieso, du hast doch auf dem Hof welches, oder? Oder was willst du jetzt wegschmeißen? Ich hab grad, äh, die, die, die Dinger weggeworfen, die... Zuckerhautest du mir Dreck geben können, am besten. Äh, muss ich halt hochkommen, da liegt sogar auch rum, ein bisschen was. Geht grad nicht, ich bin grad Eisenhaber. Ach, was mein ich für ein Scheiß? Ich nehm einfach die Truhe hier rum, ich baue sie schnell ab. Ja, ich mach's mit meiner Portalgun. Ach, du kannst ja ständig heimgehen. Ich hab ein Portal. So, was nennt man auch Waypoint und OP-Missbrauch. Ja. So, dann kann ich hier Sachen reintun, wie Marble, Wolle, Holz... Und Holz, wenn ich's brauch. So, oder, so... Die Enchanted sagen können mir, gell? Das hast du nicht aufgeschrieben, dass dir das was geben muss. Also ich kontrollier nachher deinem Ventar auf jeden Fall. So, wie sollst du... Ach, Marble! Ich mach mir jetzt mal hier ein Waypoint für Marble, dann kann ich mich immer hier hinchippen. Du siehst du eh wenig, ich schieße sofort in den Chat unten. Hä? Du kannst auch gar nicht schicken. Hast du's mir wieder DOP'd? Ich kann nochmal gucken, Slash Times, äh... Ja, hab ich gerade eben. Danke fürs dran erinnern. Ich bin's scheiße. Ähm, Marble. Was für ein 15 Minuten, oh mein Gott, ich muss das Bett. Nee, ich bleib' wach. Ich bleib' bis morgen früh. Ähm, ich hab's mal ragte, ich hab's mal ragte, ich hab's mal ragte. Ja, ich bleib' bis morgen früh wach, da hab ich schon drei Tage durchgemacht. Ohne zu schlafen, jetzt ernsthaft. Ja. Kranker Bastard. Wieso? Ich gönne mir, wenn das denn du in die Schule machst, mach ich durch. Deswegen mein' ich ja kranker Bastard. Und ich hab' gerade mal im Wasser geschraubt. Ich hab' ernsthaft Emeralds. So. Weißt du, was Emeralds sind? Ja, ich weiß, ich bin nämlich kein Behindert. Hätt' ich gedacht, aber. Ich hab' auch Schatz gefunden. Oh my God. Nur, da komm' ich leider grad nicht hin. Also, sagen wir's mal so, äh, es gibt den größten Bann, den es gibt, wenn du, äh. Ohne, ich hab' keine Spitzsacke mehr. Gibt's dir ein Loan-System in der Nähe? Ich brauch' zwei Schienen. Außer der Müde. Schlimine. Nico? Ja. Es gibt ein Bann, wenn du, ähm, Saphir oder, also, Sachen wegwirfst, die ich brauch. Wieso gibt's einen Bann, den ich das wegwerf? Wenn du Schatz wegwirfst, gibt's einen größeren Bann, als du dir vorstellen. Kannst. Warum? Ist ja dann nicht deine gewesen. Die Schuld ist mir aber noch. Ich weiß, aber wenn's mir auch sehen passiert. Wenn du drin stirbst, bist, kommst, kommst du auch vielleicht einen Bann. Alter, bist du eigentlich völlig behindert? Ja. Alter, ich geh immer pennen, du bist so behindert, du bist nur mit Klarenkopf. Scheiße, ich hab' kein Wasser mehr, weißt du, was das heißt? Störfschitz. Nö, ich hab' hier grad auch was an der Lava gefunden. Und ich kann jetzt nicht wegmachen. Jetzt muss ich die Schräger bauen. Oder wegbauen die Lava. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich hab' die Lava weggebaut sogar. Ich hab' wieder viel gescheatet. Nein. Ich hab' mich einfach hingebaut, da die von... Ja, wie soll ich sagen, von einer Seite kam. Von der Seite, genau. Und ich hab' hier, ähm, Green Saphire gefunden, also grüne Saphire. Bin ich gut oder bin ich gut? Äh, hm. Also ich hoffe, ihr seht, äh, ich hoffe, ihr seht genug, also Kohle sammle ich jetzt erst mal eben nicht ein. Ja, Eisen kann ich auch liegen lassen, oder? Äh, äh. Du schuldest mir eh zwei Stacks. Du löschtest nicht mit der Absicht legen. Nein. Ich sammel das eh ein. Kurze Sache. Ich hab' nicht verbracht mit der Zauberei. Ja. Genug. Ja. So, ach, ich hab' grad Copyright-Musik drin. Ich hör's gerade eh nicht. So, Video wird gesperrt. Genau. Nein, das ist Snow Copyright. Das ist nämlich ex aus meiner Aufnahme-Playlist. Ah, die Minecraft musste klar auf nur wieder im Hintergrund. So, ich aus. Ja, aber ich denke, das sei das allererste, was ich gemacht hab. Ich hab' fast' Marble, zwei Stacks fast. Das können wir ja statt Eisen nehmen, oder? Nö. Ich hab' ja auch ein Marble-Vorkommen gefunden. Ja, ich hab' noch ein viel größeres. Das sind mindestens noch 6 Stacks hier drin. Ja, Nico, aber... Eise... Äh, du wolltest doch eh daraus bauen. Also, welch fies würde ich das wegnehmen? Ja. Nee, da war ich eh nicht fies. Deswegen mach' ich das nicht. Ich bin lieber noch fieser und sag' nö. Weil du nämlich das jetzt auch nur machst, weil du nicht ins Gefängnis willst. Aber auch nicht großartig was machen willst. Und ich hab' ein... Und noch mehr Emeralds. Bin ich jetzt zu behindert, eine Schiene zum Bauen? Ja, die Rezepte waren hier, glaub' ich, anders. Normale Schiene. Nico, hab' ich dir schon gesagt, dass ich Emeralds und Uran gefunden hab? Hä, man braucht eine Standard-Rail-Track. So hieß das. Man braucht Water and Raylet, Water and Tide, das... Was für eine Scheiße hier Rezepte. Hab' ich dir schon gesagt, dass ich gleich in Lava sterbe? Echt? Interessant. Sehr wahrscheinlich, wenn ich so weiter brauche. Aber ich hab' ja eh, ähm, für mich mein, äh, mein Inventar wird ja eh... Ja, wir haben 20 Minuten. Dann würde ich sagen, äh, schön wunderbar. Und noch nicht in der nächsten Folge, da ich nämlich nochmal eben das letzte Jahr abbau. Und Nico mobben will, weil sein Internet so scheiße ist. Du bist scheiße. Nein, das sollten wir fertig bauen. Nur noch eben den letzten Stein ab. So, okay, ich bin bereit. Warte, ich geh mal eben noch hier hoch. Dann würde ich sagen, sie muss in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Öl. Tschö. Oh. So. 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 Bis zum nächsten Mal.